Fritz Schulz war ein deutscher Film- und Bühnenschauspieler, Regisseur und Sänger. Leben als Kind erlernte Schulz das Violinenspiel und gab bereits im Alter von sieben Jahren sein erstes öffentliches Konzert in Berlin. Nach einer bürgerlichen Ausbildung begann er in den 1910er Jahren seine Karriere beim Film und arbeitete parallel dazu als Bühnenschauspieler. In der Stummfilmzeit war er hauptsächlich Nebendarsteller. Eine seiner bemerkenswerten Rollen war hier die des jungen Geigenschülers Kurt Sievers in Richard Oswalds, sozialhygienischem Filmwerk, anders als die anderen von 1919 in welchem er an der Seite von Konrad Veith spielte. Erst mit dem Tonfilm konnte er sein komisch-musikalisches Talent voll entfalten. In den Jahren von 1930 bis 1933 war er einer der meistbeschäftigten deutschen Filmdarsteller und machte in Berlin Aufnahmen für acht Schallplatten. Allein im Jahre 1931 war er in 14 Produktionen zu sehen, ausschließlich in tragenden Rollen. Während er in der Stummfilmzeit noch vielseitige Rollenangebote hatte und sowohl als Komiker, wie auch als Charakterdarsteller besetzt wurde, wirkte er in der frühen Tonfilmzeit ausschließlich in Lustspielen mit, die ihn meist als charmanten, nicht immer treuen Lebemann zeigten. Er spielte Rechtsanwälte, Librettisten, Geschäftsleute, Soldaten und sogar einen Heiratsschwindler. Seine Tonfilmschlager erschienen auf Schallplatten der deutschen Grammophon. Verheiratet war Schulz bis 1936 mit der Schauspielerin Gräfin Agnes Esterhazy. 1933 wirkte er in zwei englischen Filmen mit. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wurde er aus der Reichsfilmkammer ausgeschlossen, da er jüdischer Abstammung war. Er ging nach Wien, wo er Mitbegründer der ersten unabhängigen Filmgesellschaft wurde. Er drehte weiterhin Filme, arbeitete am Theater und nahm 1937 erneut drei Schallplatten auf. Vom Anschluss Österreichs wurde er überrascht und wurde mit anderen jüdischen Künstlern aus seiner Berliner Zeit, wie beispielsweise Paul Morgen inhaftiert. Die Zeitschrift Das Schwarze Chor berichtete in ihrer Ausgabe vom 12. Mai 1938 in dem Artikel, Alte Bekannte, über die Festnahme von Schulz und Paul Morgen. Beide Schauspieler wurden in diesem Artikel mit Foto aus der Haft gezeigt, unrasiert, ohne Krawatte, mit aufgeknöpftem Kragen. Anschließend kamen Schulz und Morgen vermutlich in das KZ-Buchenwald. Dank der Bemühungen seiner inzwischen ehemaligen Frau wurde Schulz aber entlassen und flüchtete in die Schweiz, wo er nur mit Mühe seine Karriere fortsetzen konnte. Morgen hingegen starb im gleichen Jahr an den Haftbedingungen. In der Schweiz war Fritz Schulz 1940 wieder in einem Film zu sehen. Dilemma, an der Seite von unter anderem Leopold Biberti, dem Bruder des Comedian-Harmonists-Mitbegründers Robert Biberti. In Zürich gehörte er zum Ensemble des Stadttheaters. Nach dem Krieg stand Schulz ab 1953 wieder vor der Kamera. Sichtlich gealtert, wurde er auch jetzt zunächst für heitere Rollen besetzt. Als Charakterdarsteller war er erst wieder in seinem letzten Kinofilm, An heiligen Wassern, in der Rolle des Dorfpfarrers zu sehen. Insgesamt machte Fritz Schulz nach dem Krieg vergleichsweise nur noch wenige Filme, beteiligte sich aber als Autor an Bühnenstücken. Nach 1960 war er nur noch in Fernsehproduktionen zu sehen. Er kam zu Theater- bzw. Filmengagements nach Deutschland und Österreich, sein ständiger Wohnsitz wurde Porto Ronco. Insgesamt muss Fritz Schulz in über 150 Filmen mitgewirkt haben, davon gelten die meisten allerdings als verschollen. Im Alter von 76 Jahren starb er 1972 in Zürich.